Hallo mein liebes Stochastiker Grundseminar und willkommen zu den Mockten der Woche. Diesmal sogar endlich wieder definitiv am Montag. Ich bin ziemlich sicher, dass ich diesmal fertig werde mit dem Video, bevor der Abendstermin kommt. Aber ich fange einfach mal an zu reden. Für alle, die neu dabei sind, die Mockten sind das wöchentliche Format, bei dem ich die neu herausgekommenen Mock-Anleitungen der letzten Woche mir anschaue, die ich mitbekommen habe natürlich nur. Und davon die 10 besten bzw. die 10, die mir am besten gefallen, herauspicke in eine schöne Liste packe und dann hier vorstelle. In der Regel plus einen Bonusplatz für irgendwas, was entweder keine richtige Anleitung war oder nicht aus dieser Woche stammt, sondern schon älter ist, es irgendwann in den letzten Wochen nicht ganz geschafft hat, ich aber trotzdem nochmal vorstellen wollte, solche Dinge halt. Manchmal ist es einfach gar kein Lego. Ich hatte irgendwann mal eine Tonfigur, die halt ein Lego-Männchen darstellte. Aber ihr werdet schon sehen, was es diesmal ist. Jedenfalls sind das die Mockten der Woche, die es jede Woche gibt. Ich verpasse mal alles komplett und alles geht bei mir über und unter. Aber einigermaßen funktioniert es dann schon, wenn es richtig gut funktioniert, sogar am Montag. Im Hintergrund jetzt seht ihr mein letztes eigenes Mock. Das kleine Display-Stand für Darth Maul. Kostenlose Anleitungen gibt es dazu und der Link zu dieser Anleitung sowie zu den Anleitungen für alle anderen Mocks, die ich hier vorstelle, die sind unten in der Beschreibung. Übrigens gab es auf Reddit für das Ding noch den Vorschlag, oben noch einen Obi-Wan hinzupacken mit einem Lichtschwert in der Hand. Ziemlich gute Idee eigentlich, dass ich da nicht drauf gekommen bin, während ich das entworfen habe. Aber werde ich dann nachfügen, wenn ich das Ding selbst umsetze. Denn einen Obi-Wan in passenden habe ich definitiv auch noch. Vielleicht lege ich noch einen Qui-Gon daneben. Einen Toten. Dann haben wir heute die komplette Szene durch. Und das auf dem 6x6er Grund. Aber nein, wir kommen jetzt erstmal zu den Mocks, die andere gemacht haben als ich. Und das diesmal erst nach zwei Minuten. Mein Gott, habe ich diesmal viel gelabert. Und wenn ich diesen Satz zu Ende habe, sind es zwei Minuten zehn Sekunden. Also es wird ja immer mehr. Nein, wir fangen einfach mit der Nummer zehn an, oder? Wir fangen mit der Nummer zehn an. Das ist die Moobloom Flower Farm von K.I. Bricks. 6,93 Dollar für die Anleitung. Ja, ist ein schräger Preis, aber hey, machst du nichts dran. Die Teile kommen auf ungefähr 100 Euro. Minecraft haben wir hier nicht so oft in den Mockten. Aber jetzt dann doch mal wieder. Das Ding ist ganz interessant. Ein Minecraft-Gebäude, das wir halt nie bekommen werden. Weil die Moobloom existiert halt nicht mehr. Was ich sehr, sehr schade finde. Die Moobloom stammt aus Minecraft Earth. Minecraft Earth ist ein Minecraft-Ableger, der letztes Jahr eingestellt wurde. Weil Mojang halt gesagt hat, ja, das ist ein Mobile Game, ein Augmented Reality Game, für das man rausgehen muss und so weiter. Und das ist schlecht gewesen. Das Spiel hat halt vor allem in der Pandemie und so gelitten unter den Umständen. Deswegen wurde das Spiel eingestellt. Dann gab es noch die Möglichkeit, dass die Moobloom auch im Hauptspiel bei Minecraft selbst erscheint. Wurde der Mob wurde gepackt und hat komplett verloren. Was ich sehr, sehr schade fand. Ich fand den Gewinner, ne, den Gewinner fand ich eigentlich in Ordnung. Den Glowsquid, der hat damals die Abstimmung gewonnen. Den zweiten Platz, den Ice Soldier. Da dachte ich nur, warum noch einen gottverdammten bösen Villager? Aber okay, das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema ist jetzt dieses nette Mock. Wir haben also ein Minecraft-Gebäude zu diesem Mob, den wir nie wieder sehen werden. Wobei es den auch einmal von Lego gab. Deswegen unten ist auch eine Moobloom dabei. Die gelbe meine ich jetzt, die pinke, die auch hier abgebildet ist, die hat es von Lego nie gegeben. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommt. Ich vermute mal China. Oder aber komplett eigener Entwurf, weil das ein digitales Modell ist. So, auf jeden Fall ein Minecraft-Gebäude zu einem Mob. Da gibt es ja einige. Auch bei Richtig Lego, das passt hier auch super rein. Passt sehr schön zum Beispiel zu dem Schweinegebäude, das wir hatten. Wir werden nächstes Jahr ein Bienengebäude bekommen. Dieses Jahr gab es ein Fuchsgebäude und ein Kaninchengebäude. Da passt es halt wunderbar in die Reihe. Auch Schaf gab es schon. Die Moobloom passt einfach schön dazu. Ist auch im selben Stil. Man kann es von der Seite auch öffnen. Da sind zwei Klappen in der Seite vom Vieh. Und dann hat man einen Innenraum. Der ist eingerichtet, wie diese kleinen Gebäude eingerichtet sind. Also sprich mit einem Crafting-Table und so weiter. Das ist schön gemacht. Fügt sich wunderbar in eine Lego-Minecraft-Welt, wenn man eine hat. Und ist etwas für Fans von diesem Mob. Wie zum Beispiel mich. Ich mag die Moobloom. Die Moobloom ist großartig. Und ich werde sie vermissen. Und so kann sie wenigstens nochmal in die Welt kommen. Deutlich kleiner wird es dann auf Platz Nummer 9. Mit Lobo Space Hog von The Grunge. Kostlose Anleitung. Die Teile kommen auf etwa 10 Euro. Oh, das macht das dann auch mit Abstand zum billigsten Mob dieser Woche. Günstigsten? Billig? Weiß ich nicht. Aber das Ding gefällt mir einfach. Den Lobo kennen wahrscheinlich nicht viele. Das ist eine DC-Figur. Ein Gegner von Superman. Beziehungsweise auch eine unabhängige Figur. Ist so eine Art Space-Rocker-Biker-Arschloch-Typ. Also absichtlich Arschloch-Typ. Und der hat halt dieses Space-Motor-Bike. Was absolut cool ist. Auch super zu dieser ganzen Rocker-Ketten und so weiter Ästhetik von der Figur passt. Lego hat das Ding einmal umgesetzt. In einem Superman-Set. Aber viel, viel zu groß. Das hier funktioniert deutlich besser als das offizielle Lego-Ding. Gefällt mir sehr gut. Sehr schön umgesetzt. Ich werde es definitiv nachbauen. Ich habe den Großteil der Teile sogar. Aber es ist nichts Seltenes dabei. Absolut nichts Seltenes. Das ist wirklich schön. Das ist gut nachzubauen. Das gefällt mir. Das wird bei mir definitiv in irgendeiner Form in die Stadt kommen. Ich habe schon Überlegungen wie. Wahrscheinlich zusammen mit ein paar Star Wars Speeder-Bikes oder so. Da passt es nämlich wunderbar daneben. Und ja. Am Ende bleibt mir dazu noch zu sagen. Schöne Umsetzung von einem ikonischen Fahrzeug. Das definitiv gefehlt hat. Und wenn wir jetzt schon ein DC-Fahrzeug hatten. Dann kommt auf Platz Nummer 8. Ihr wisst. Wenn ich die Anleitung, nicht die Anleitung, die Überleitung, das ist das Wort, so anfange, dann kommen wir natürlich zu Marvel. Mit Penny Parkers Mac von Commander Bricks. Kostlose Anleitung. Und der Teilepreis ist unbekannt. Aber ich schätze mal so um die 20 Euro werden es ungefähr sein, wenn man die Teile kaufen muss. Es sind keine seltenen Teile dabei. Es ist nur noch ein Stück größer als die Space Hawk eben. Deswegen ist es mehr. Da ist nichts Seltenes. Blau und Rot. Alles häufige Farben. Alles kein Ding. Wer das Ding nicht erkennt, das ist der Mac von Penny Parker aus Spider-Man A New Universe. Wie er auf Deutsch hieß. In Englisch hieß er Across the Multiverse. Hauptsache englische Titel, die komplett anders sind als die originalen englischen Titel für Filme im Deutschen. Ich liebe das ja. Das war halt eine Version von Spider-Man aus einem anderen Universum, wo Spider-Man halt nicht Peter Parker war und auch nicht Miles Morales, sondern eben Penny Parker. Und Penny Parker war ein ganz normales japanisches Schulmädchen im Grunde, das einen Kampfroboter hatte. Also beziehungsweise einen kleinen Mech, in den sie sich auch reinsetzen konnte. Das geht mit dem hier auch. Der ist in der Größe ziemlich passend für Minifigur dazu. Und es kann sich noch eine Minifigur reinsetzen. Also da ist halt eine Penny Parker Figur mit beigezeigt. Die gibt es jetzt nicht original von Lego, aber die kann man aus Lego Teilen halt nachbauen. Und die kann man da reinsetzen, wenn man die Beine abnimmt. Das ist die kleine Einschränkung. Die Beine passen nicht ganz mit rein. Aber das war wahrscheinlich nötig, damit der Mech halt nicht zu groß wird. Ich hätte noch gewünscht, dass man die Beine irgendwo verstauen kann an dem Ding. Aber hey, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen viel verlangt. Und auf jeden Fall ist es ein schöner Mech, der in der Größe halt wunderbar funktioniert, der genauso aussieht wie das Original und der funktional ist. Dürfte meiner Meinung nach in keiner Spider-Man-Sammlung fehlen. Aus der Fiktion zurück in die Realität mit Platz Nummer 7. Der Mercedes Blue Wonder and Silver Arrow, also Blauswunder und der Silberpfeil von BestBestDesign. 8 Euro für die Anleitung. Die Teile kommen auf etwa 300 Euro. Da sind auch einige Teile bei, die es so nicht original von Lego gibt, weil Chromteile mit eingeplant sind. Und die Chromteile, die kriegt man von diversen Anbietern online. Aber gab es halt bis auf ganz wenige Ausnahmen. Niemals bei Lego entsprechend tauchen die auch nicht als Chromteile in der Teileliste auf. Aber was kriegen wir hier? Wir bekommen, ihr seht es schon, einen Transporter und einen Rennwagen. Der Transporter ist das Einzige, was in der Erklärung zum Mock tatsächlich erklärt ist. Das ist das Blaue Wunder von 1955, ein Transporter, der Mercedes für seine Rennfahrzeuge gebaut hat. Auf seiner Transportfläche findet ihr ein Silberpfeil. Und da kommen wir zu den Sachen, die nicht mehr in den Kommentaren zur Anleitung stehen. Der Silberpfeil ist nicht der 1955er Silberpfeil. Ich dachte schon, Moment mal, das passt überhaupt nicht. Nein, das ist ein 1937er Silberpfeil. Habt ihr wieder was gelernt? Mehr als ihr lernen würdet, wenn ihr nur bei Rebrickwell schauen würdet. Und auf jeden Fall, ja, 1937er Silberpfeil, auch beide eigentlich schön gemacht. Vor allem auch der, das Blaue Wunder mit den ganzen Rundungen und so, sehr schön geformt. Der Transporter ist 8 Noppen breit, der Rennwagen ist 6 Noppen breit. Beides passt wunderbar zum Minifigurenmaßstab. Natürlich kann man Minifiguren reinsetzen. Ist also jetzt nicht so ein Riesenmodell, das ein Fahrzeug groß darstellt, wie zum Beispiel der DeLorean es war oder diversen anderen großen Creator-Sachen, sondern das ist Minifigurenmaßstab. Das passt in eine Stadt. Die Sticker, die man braucht, ihr seht, da sind einige Sachen bei. Die gibt es natürlich nicht als bedruckte Teile oder als vorhandene Sticker von Lego. Die sind als Ping-Datei zum Ausdrucken dabei, also .png. Und ihr seht, da sind ein paar Sticker bei. Also gerade die Nummer auf dem Silberpfeil, der geht teilweise um Ecken und wird über mehrere Steine verteilt. Das ist dann mal so, aber bei dieser Riesen-Eins, ich weiß auch nicht, wer uns das anders als umsetzen können, bei dem Fahrzeug mit der Form. Und wo lernt man über so alte Autos? Nun zum Beispiel in der Schule. Hier etwa in der Schule am Stein, auf Platz Nummer 6 von Thorsten O. Kostenlose Anleitung, was für das große Ding durchaus bemerkt, backenswert ist. Die Teile, da dürft ihr dann allerdings ungefähr 1300 Euro auf den Tisch legen, wenn ihr sie nachkaufen müsst. Aber dafür bekommt ihr auch eine große Backsteinschule aus 5500 Teilen. Und bei 5500 Teilen, ja okay. Relativ klar, dass es dann einen fünfstelligen Preis bei Bricklink bei den Teilen gibt. Schöne große Schule, es ist modular. Also ihr könnt in jedes Stockwerk einzeln reinschauen, die aufeinander stapeln, auseinander stapeln, anders stapeln, wie ihr möchtet. Ich würde nur nicht empfehlen, das Dach unten hin zu packen. Das funktioniert nicht. Aber ansonsten, jedes Stockwerk ist auch voll möbliert. Es gibt zwei normale Klassenzimmer, nenne ich sie mal. Es gibt ein Lehrerzimmer, es gibt ein Musikzimmer. Aber ich glaube, dass im Dach, das sind irgendwie so Wissenschaftszimmer, Forschungsbio und sowas. Und ich glaube, ich habe auch einen Hausmeisterraum gesehen. Ist schon eine schöne, gut gemachte kleine Schule. Das Interessante sind die ganzen Backsteine. Das ist ja relativ elegant gelöst. Diese Backsteine sind halt lästig bei Lego. Weil man die nicht versetzt aufeinander packen kann, dann sieht es einfach nur schlecht aus. Sprich, man muss die immer genau aufeinandersetzen. Und dann wird es natürlich instabil, wenn man das zu lange macht. Ist hier gelöst, indem diese kleinen Brüche drin sind, wo ein Farbzwischenschub ist. Und dann kann man trotzdem eine große Backsteinfassade machen, was normalerweise halt ein echtes Problem wäre. Aber hier überraschend gut funktioniert. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand eine Backsteinfassade so umfangreich hinbekommt. Normalerweise ist es so, man hat eine glatte Fassade und hin und wieder ist mal ein Backstein drin, um das darzustellen, damit man halt das Versetzen für die Stabilität der Gebäude machen kann. Geht auch anders, sehen wir hier. Und was auch ganz anders gebaut werden kann, als oft und überhaupt schwierig zu bauen ist, ist der Curved Train Track Mills Road Railroad Crossing von Bevins Bricks, der sehr viel mit den Mills Road Sachen macht. Mills ist so ein spezielles System, Grundplatten aufzubauen, dass man mehrere zusammenbauen kann und daraus dann eine Stadt zusammensetzt. Lange Geschichte. Schaut bei Bevins Bricks rein, der hat da eine Menge von gemacht. Normale Straßen, Kurven und hier eben. Kurven schienen über eine Straße, was echt schwierig zu bauen ist. Also da ist einiges drin. Dafür muss man natürlich dann noch 7,99 Dollar für die Anleitung zahlen und die Teile kommen auf 200 Euro, wobei der Preis der Teile, das ist natürlich nur dann, wenn ihr genau diese Platte in dieser Weise nachbaut. Da kann man sicher einiges machen. Das Ausschlaggebende ist ja wirklich, wie ist die Schiene gebaut. Und das ist halt nicht einfach hinzubekommen. Hier ist es sehr elegant hinbekommen, auch mit diesen diversen Teilen im Inneren der Schiene, durch das trotzdem die Straße weitergeht. Das ist ja gerade der schwierige Teil. Ist ja auf jeden Fall gut gelöst, würde ich sagen. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man sowas selbst vorhat. Ist es, glaube ich, so ziemlich die beste Lösung, die ich bisher gesehen habe. Denn, wie gesagt, ich glaube, ich sage jetzt zum vierten Mal, das ist verdammt schwierig zu bauen mit einer Straße drüber. So, nach den ganzen Minifiguren-Maßstabs-Dingern machen wir jetzt mal etwas Größeres, oder? Wir machen etwas Größeres. Auf Platz Nummer 4, The Crow, also die Krähe. Nicht der Film The Crow, sondern einfach nur eine Krähe von BAM! Mox, 3 US-Dollar für die Anleitung. Die Teile kommen auf etwa 40 Euro. Die US-Dollar wundern mich gerade. Ich glaube, da habe ich mir das falsch in den Notizen. Muss ich nachher nachschauen. Wenn es stimmt, wird es nachher oben rechts gestanden haben. Wenn nicht, steht da stattdessen Euro. Und das stimmt dann. Wir werden mal schauen, denn der Hintergrund der Bilder sieht nicht amerikanisch aus. Aber, okay, kann ja trotzdem US-Dollar sein. Muss ja nicht. Ist ja keine Pflicht, dass man nur eine Währung hier annehmen kann. Es sei denn, wenn man ein Bargeld, dann irgendwo, wobei, wenn man will, kann man auch da Dollar annehmen. Nicht der Punkt. Der Punkt ist, diese schöne Krähe, die ihr seht, ist mal die künstlerische Seite des Mockens. Das ist immer gern gesehen, nicht so häufig. Aber, wenn dann immer, gerne. Das Ding sieht halt komplett aus, wie wenn man einen Zeichentrickfilm aus Tintenflecken machen würde. Ja, also auch dieses Dynamische, gerade wie der Flügel da aus mehreren Strichen und so besteht. Das sieht interessant aus. Das sieht spannend aus. Gefällt mir sehr gut als Design für so eine Krähe. Die ist halt auch schwarz. Da funktioniert das mit der Tinte super. Und, ja, ein schönes Ding. Die Beine sind wohl austauschbar. Also man kann das Ding sowohl im Fliegen als auch im Stehen nehmen. Dafür gibt es zwei unterschiedliche Beinanbringungen, die da ein bisschen versteckt sind. Und dann entsprechend auch unterschiedliche Beine, damit man das machen kann. Die Flügel lassen sich einklappen. Die sind soweit beweglich. Nicht zum Mock gehört übrigens die Stadt im Hintergrund. Oder der Wald. Und die Autobahn auch nicht. Wichtig zu wissen. Wichtig zu wissen, denn etwas Ähnliches gibt es auch bei uns am nächsten Mock. Und da kommen wir wieder in den Minifigurenmaßstab. Aber gleich wieder nicht mehr. Aber hier schon beim Modular Jazz Club von Gabi Sohn. 6 Dollar für die Anleitung. Die Teile kommen auf 600 Euro. Sind hier auch mal wieder relativ viele. Insofern. Ja, okay. Das Ding ist halt nicht nur einfach ein modularer Jazz Club für eine Lego-Stadt. Sondern gleichzeitig auch ein Display für die 21-33-4. Das Ideas Jazz Quartett. Das hat Gabi Sohn ähnlich letzte Woche auch schon gemacht. Nicht das Jazz Quartett, sondern diese Sache. Ein Gebäude zu machen, das gleichzeitig ein Display für ein Lego-Set ist. Letzte Woche war das nämlich dieser Sportladen. Auf dem der Lego, nicht Ideas, der Lego-Creator-Expert Adidas-Schuhe raufkam. Jetzt halt der Lego Ideas Jazz Quartett und dafür ein Jazz Club. Wir haben im Erdgeschoss entsprechend einen Jazz Club mit einer Bühne und ein bisschen Sitzgelegenheiten. Im ersten Stock sind dann Billardtische. Und obendrauf kann man dann, wenn man es hat, das Jazz Quartett raufpappen. Wenn man es nicht hat, das ist hier nicht inklusive. Also bei der Teileliste und so weiter nicht mitgezählt. Und das braucht man dann natürlich noch separat. Passt aber wie angegossen hier drauf. Ohne das gedacht ist es ein interessant gemachtes Gebäude. Weil es halt nicht ein einfacher Quader ist, wie ich die wahrscheinlich produziere, wenn ich Gebäude mache. Sondern eine abwechslungsreiche Form mit den Vorsprüngen und so weiter. Alles nett. Die Anleitung gibt es übrigens auch beim MoxMarket. Hier ist sie eigentlich statt 6 Dollar bei 6 Euro. Und wenn man das strategisch macht, weiß man natürlich 6 Dollar. Wobei das im Moment glaube ich deckungsgleich. Ich glaube wir sind gerade genau an dem Punkt, wo Dollar und Euro dasselbe wert sind. Aber für die Spekulierer schaut mal, was da gerade besser passt. Ich habe einfach beide Links in die Beschreibung gepackt. So, zurück in den Riesenmaßstab mit der Nummer 2. Mit dem Lego Cyborg General von Martin Design. Ich bin ziemlich sicher, dass es ein Deutscher ist. Deswegen Martin. Ansonsten Martin. 8 Euro kostet euch die Anleitung. Und die Teile kommen auf etwa 90 Euro. Und ich verrate euch ein Geheimnis zu dem Lego Cyborg General. Das ist General Grievous. Hättet ihr nicht gedacht, oder? Gut, dass ich euch zugeflüstert habe. Damit niemand es mitbekommt. Es gibt bei dem ein kleines Teileproblem. Und zwar, wenn ihr den Kopf seht, denkt ihr vielleicht Huh, wie hat er den Kopf hinbekommen? Nun, ganz einfach. Das ist ein fertiger Grievous-Kopf. Der ist aus einer Baubahnfigur, die es mal zu Lego Star Wars gab. Diese Baubahnfiguren. Und den muss man halt erstmal finden. Alles andere ist jetzt nicht das große Ding. Es sind ein paar Bionicle-Teile verbaut. Aber die kriegt man schon. Sehr schön finde ich diese Eingeweide. Das sind, guck genau hin, das sind Croissants in einer grünen Bubble. Finde ich großartig. Das ist eine wunderbare Lösung für Eingeweide von dem. Ding, wobei ich habe diverse Bilder von Grievous mir angeschaut. Entschuldigung, dem Cyborg General mir angeschaut. Und ich habe auf keinem etwas gefunden, was dem entspricht. Aber das macht nichts. Es sieht trotzdem cool aus. Und deswegen beschwere ich mich da nicht allzu lange drüber. Oder? Ja, auch nicht. Ich jedenfalls definitiv nicht. Vor dem ersten Preis kommt nochmal unser Sonderplatz. Mit dem Optimus Prime von Lego Hype. Oder Lego Hype. Ich bin deswegen nicht ganz sicher. Es ist in lateinischen Buchstaben geschrieben. Aber es ist ein russischer Alka und deswegen bin ich nicht sicher. Es ist kostenlose Anleitung in Form eines YouTube-Videos. Der Teilepreis ist unbekannt. Aber es kann nicht viel sein. Es ist möglicherweise sogar noch weniger als der Space Hawk von Lobo vorhin. Weil es echt nur ein Microscale-Bild ist. Und entsprechend wenige Teile. Und entsprechend und einfache Teile. Es ist im Video nicht wirklich gut sichtbar, wie es gebaut ist. Spätere Videos von ihm zeigen das etwas besser. Weil was er hier macht, er zeigt so ein bisschen immer die Teile, die jemals gebraucht werden. Dann gibt es so einen Trickschnitt, wo er das in die Hand nimmt und das wieder fertig aus seiner Hand rausfällt. Das jeweilige Stück für den Unterabschnitt ist ein bisschen nervig nachzuvollziehen, wenn man es mitbauen will. Aber es geht halt. Es ist halt ein bisschen anstrengender. Lego Hype ist ein Kanal, der jede Menge von diesen Lego Transformers macht. Ich fand den Optimus Prime jetzt eigentlich den besten. Er hat diese Woche auch zwei gehabt. Da dachte ich, na, da habe ich beide jetzt nicht reingenommen. Aber mal geguckt, weil ich das Thema halt interessant fand, etwas Älteres von ihm zu schauen. Und da habe ich den Optimus Prime gesehen. Das Ding bei seinen Lego Transformers Videos ist, die haben alle denselben Titel. Die heißen alle How to make a Lego Transformer und die Älteren heißen dann Kaxi Delat Transformer is Lego. Also dasselbe auf Russisch. Mit kyrillischen Buchstaben daran erkennt ihr, dass es russisch ist. Heißt aber dasselbe. Heißt auch wie macht man einen Lego Transformer. Der hier ist die Ausnahme. Das ist das einzige Video, das dann nicht heißt, Kaxi Delat Transformer is Lego, sondern Kaxi Delat Optimus Prime is Lego. Das ist etwas zu viel Russisch für euch möglicherweise. Der Punkt ist, das ist ein netter Optimus Prime. Der Optimus Prime ist auch nicht so sehr ein Partsformer. Das ist bei anderen von ihm ein starkes Ding. Wer sich mit Transformers jetzt nicht so auskennt, Partsformer nennt man das, wenn die Figur nicht nur einfach umgeknickt wird in den Gelenken, um halt ein anderes Modell zu ergeben, sondern wenn auch Teile abgenommen und woanders hingesteckt werden. So, das gilt bei Transformers Fans als definitives Manko. Aber es ist okay, es ist Lego in dem Fall. Dann geht es schon. Und gerade in dem Mini Maßstab, in dem er sie hier baut, ist es auch nicht gerade einfach. Ein paar von seinen Dingern haben wohl keinen Kopf. Aber naja, gut. Der Optimus Prime hat schon. Der Optimus Prime hat mir auch gefallen. Und bei Platz Nummer 1 kommen wir zurück in den Minifigurenmaßstab. Wir werden aber trotzdem nicht kleiner als die großen Sachen vorhin. Nein, nein. Wir werden definitiv größer. Betrayal at Cloud City Mock Enhancement von Shredhead. Kostenlose Anleitung. Die Teile kommen auf etwa 1.500 Euro. Es sind aber auch 6.572 davon. Und damit das mit Abstand größte Mock diese Woche. Mehr oder weniger Mock. Denn es ist eine komplett überholte Version von 7.5.22.2. Der Betrayal at Mock... Äh, Betrayal at Cloud City. Betrayal at Mock City. Sehr schön. Betrayal at Cloud City von Lego Star Wars. Das war so ein riesen... Oder ist noch. Ich glaube, den gibt es noch. Riesen Karton. Exklusiv, glaube ich, bei Lego zu erhalten. Und, ja, Shredhead hat sich das Ding halt angeschaut und hat gesagt, nee, das ist mir zu zweidimensional. Das ist zu flach. Das ist ja alles nur eine Ebene. Ich will eine richtige Bespin-Wiedergabe. Also hat er dazu gepackt. Eine Unterseite. Mit den diversen Aufbauten, die wir sehen, wenn Lego... Ähm, Lego. Wenn Luke da unten rausfluppt, am Ende von Episode 5. Dann hat er noch einen Raum oben drauf gepackt. Und weil das immer noch nicht genug war, hat er im Grunde das komplette Set überholt. Ja, ihr seht das zum Beispiel sehr schön. Hinten links ist dieser Bereich, wo Vader und Luke sich duellieren. Oh Gott. Gott sei Dank, diesmal habe ich es richtig ausgesprochen. Ich hatte vorhin die ganze Zeit bei der Vorbereitung Vader und Vuk draus gemacht. Hauptsache es bleibt innerhalb der Skywalkers mit den Buchstaben. Aber ihr seht, der Steg ist komplett überbaut. Diese Anlage, an der Luke später dann baumelt, ist komplett neu konzipiert und gebaut. Da ist schon viel anders gemacht und deswegen zählt das für mich trotzdem, dass es im Grunde eine Modifikation ist. Die Modifikation ist so heftig, das ist für mich ein neues Mock. So sieht es aus. Das Konzept ist vom Ursprung noch da, aber alles andere ist neu gebaut oder verbessert oder komplett anders gemacht. Das ist schon auf jeden Fall ein schönes Teil geworden. Und ist damit die dieswöchentlich Nummer 1. Und mein Gott ist das Video diesmal lang geworden. Ich hatte offenbar viel zu erzählen. Mal gucken, ob ich nächste Woche auch so viel zu erzählen habe. Denn das waren für diese Woche die Mockten. Wir sehen uns dann wieder. Ich sage bis dahin und viel Spaß beim Bauen. Ich sage bis dahin und viel Spaß beim Bauen.